So, hier sind wir schon mal gerandet. Genau, der Berium geht es. Da sind wir jetzt. Gucken wir uns mal um hier. Hinter mir der Loser mit der Kamera. Gucken wir mal, ob wir hier noch vielleicht in einem Interview oder sowas in der Hand abgreifen können. Mal sehen. Ich bin gespannt. Wir bereiten uns vor.